14 Das geht mit der Kiste so gut, weil der vorne eine mechanische Sperre drin hat und der zieht dich so richtig raus, sodass du das Gefühl hast, der stützt sich hinten abhinten auf dem äußeren Kurvenrad. Du hast es verstanden, oder? Ja. 14 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020